Der Aske Schulrucksack. Dieser Schulrucksack ist mit einem gepolsterten Hauptfach ausgestattet, das mühelos einen Laptop mit einer Bildschirmgröße von bis zu 15,6 Zoll aufnehmen kann. Vier separate Fächer bieten großzügigen Raum für zusätzliche Schulutensilien und zwei praktische Seitentaschen eignen sich perfekt für Trinkflaschen. Dieser Rucksack erfüllt nicht nur schulische Anforderungen, sondern erweist sich auch als geeigneter Begleiter für Universität, Sport, Camping, Autoaktivitäten, Wandertouren und Reisen. Dieses Modell besticht durch sein hohes Fassungsvermögen von 30 Litern, welches viel Stauraum bietet. Die gepolsterten und einstellbaren Riemen sowie das Rückenpolster sorgen für hohen Tragekomfort. Hergestellt aus wasserabweisendem Oxford-Gewebe garantiert der Rucksack Langlebigkeit. Er ist in Grau oder Schwarz mit geometrischen Mustern oder einem Fußballdesign erhältlich, was stilvolle Vielfalt bietet. Fazit, der Aske Schulrucksack beeindruckt mit großem Stauraum, vielseitiger Verwendbarkeit und angenehmen Tragekomfort. Seine strapazierfähige Konstruktion aus hochwertigem Oxford-Gewebe und die stilvollen Designoptionen machen ihn zu einem praktischen und attraktiven Begleiter für verschiedene Aktivitäten. Noch nicht überzeugt? Dann schau dir gerne noch dieses Video an.